Ey, er mit seiner Angel, Alter, mit seiner Angel, er nervt und nervt und nervt, was ist ein richtiger Bastard, Alter. Sui-Army und Ego-Army sind auf jeden Fall verbündet, da hab ich recht. Das ist wahr. Wir haben ein Bündnis geschlossen. Manche nehmen das auch ernst, schreiben da unter Suis-Kommentare, hab ich auch gesehen, da hast du voll von Dayan geklaut. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayan Games mit dem Dayan. Hör auf zu lügen, du Pisser. Lügen. Und, äh, ja. Bist du Dan the Man? Ich bin Dan the Man. Alter, Danny. Junge, voll krass, Alter. Ja, auf jeden Fall, endweb und so. Wir beide sind die Bosse und ich muss mal wieder meinen Skill unter Beweis stellen. Pach, Dayan hackt, wie immer. Du musst zeigen, dass ich nicht hacke. Ich hab wieder kein Schwert am Anfang. Du bist auch so trottet und läufst da, er nimmt die Kiste, die unter dir ist, Alter. Verpiss ich mal. Oh, oh, Alter, alter, Bossrüstung, Bossrüstung. Ich hab fast voll einen, Bruder. Ich hab auch gar nicht mehr so eine schlechte Rüstung, find ich. Wo bist du? Nach draußen. Ey, in einer Kiste ist ein Portal of Enchanting. Alter. Kennst du dieses eine Jump'n'Run, was ins Nichts geht? Wo drei Kisten drauf sind? Wir werden uns dann getargetet. Target. Target reimt sich auf den Brett. Aber so instant. Und das ist der Abonnent, der eben geschrieben hat, Ego und Sui nehmen auf und so eine Scheiße. Das ist ohne Witz so armselig, Alter. Bist du tot? Nein, nein. Ich find kein Schwert. Das ist doch nicht möglich. Ich fäng auch kein Schwert irgendwie. Äh, das ist nicht so toll. Ich seh dich. Aber ich hab kein Schwert, aber ich hab TNT, komm her. Hinter dir. Ich weiß. Komm, Dan, 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 komm. Ich heiße dich nicht, Dan. Doch. Ich bin fast tot. Nein, bin ich nicht, aber egal. Guck mal, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, hinter mir ist auch einer. Drück dir das bitte an. Oh Gott, ich dachte du. Lauf, lauf einfach. Die Typen, die sind weg. Geh so nach Kisten, so nach Kisten, so nach Kisten. Ey, Mann, hier sind wieder. Ich hab ein Schwert für dich. Ja, komm nach unten, komm nach unten. Wo bist du? Komm, da runter, da runter, da runter. Hier, Bruder. Muchacho, Amo, Igo. Und hier, und hier, und hier. Ah, Digga, hier. Nein, Mann, ich, obwohl doch. Ja. Ja, Mann, jetzt ist es, jetzt ist es Ende. Jetzt ist es Ende, Bruder. Komm, jetzt. Jetzt gehen wir gezielt auf die Targeting. Wo seid ihr? Da, da, da. Kommt her. Lanz, Lon, Lin. Set. Set. Let. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die? Das stört ihr einfach. Anal, oral, axal, nasal. Nasal, genau. Und auch sehr wichtig. Und was gibt es denn noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in sämtlichen Methoden, die es so gibt, ne? Ja. Und Doggy. Ja. Doggy Z. Ah, Gott, von dir geflippt. Doggy Z, du siehst scheiße aus wie Johnny Depp. Gebe deinem Hobby-Rip. Da ist einer. Welcher von denen war das? Schau auf einen, vorbeide Bumsen. Ja. Ja, einer, Bruder. Dein Leben ist vorbei. Ich liebe meine Pink-Schellen, einfach, Alter. Ich liebe meine Pink-Schellen. Oh, der Wunsen. Was, du gehst, Kiste. Was, du gehst, Kiste. Boah, der hat ja ein Abfülliges, ne? Abfülliges, ne? Abfülliges, ne? Abfülliges, ne? Abfülliges, ne? Ist mir egal, Alter. Ich habe ihn jetzt schon mindestens seine zwei Lebende abgezogen, Alter. Werde ich sogar mehr. Boah, Junge, jetzt kriegt er so eine... Oh, mein Gott, Alter. Hast du eine Hose für mich? Ja, ja, hier. Brauchst du Pfeile? Ich habe Pfeile, aber du kannst mir auch welche geben, wenn du willst. Wie viele Pfeile hast du? Elf. Ja, ich habe zwölf, fast. Oh, Dalyan! Oh, Dalyan! Er juckt ihn einfach nicht. Dein. Ich muss kurz meine Sachen wegwerfen. Dein. Wir zerstören, wir sie alle, Alter. Zum Spawn, zum Spawn. Okay, okay. Das ist geil an dieser Map, Alter. Es ist ja einfach immer irgendwie was los, Alter. Ich höre mir den hinteren, der brennt. Der brennt wie ein Feuer. Krasser Vergleich. Oh, scheiße, ich habe dich getroffen. Bastard, du. So ein Dalyan-Ficker-Schnitzel. Oh, was ein Bastard. Ach, Mann. Nein. Es gibt's nicht. Okay, lass auf den da hinten. Lass auf den da hinten. Ja, ich gehe noch auf den. Oh, ich habe dich fast getroffen, du Lachsen. Nichts mit Team. Nein. Ey, das ist für die Sachen auf jeden Fall. Oh, Alter, Mann. Ich hasse sowas, ne? Ohne Spaß, Alter, Mann. Man sagt auch immer noch so oft, man macht kein Team. Bzw. Ich sage das immer, aber trotzdem machen das die Leute ein bisschen behindert, ne? Ja, Digga, heute hatte ich auch einen Typen, der war mit mir in der Runde und ich teame mit einem von meinen Abonnenten, ne? Und dann schreibe ich, frage ich meinen Abonnenten so im Chat, ja, hast du Sticks, hast du das und hast du das? Und dann meinen die, ja, YouTuber dürfen nicht teamen. Jo, dürfen sie nicht. Die geilsten sind immer noch die, die sagen, YouTuber haben eine Vorbildfunktion. Das ist der, oder? Ja. Ja, Digga, Vorbildfunktion am Arsch, Alter. Was denn mit Fristfall? Wir sind doch nicht irgendwie dazu verpflichtet, nur weil wir ein paar Zuschauer auf YouTube haben, einfach mal, irgendwie, äh, irgendwas, oh nein, ich bin so dumm, ne? Nicht irgendwie, äh, jetzt als Vorbild zu gelten. Ist doch schwachsinnig. Es ist einfach so, dass man als YouTuber, oh, ich dachte, du bist wieder reingelaufen. Man hat keine Verpflichtung. Man hat keine Verpflichtung, irgendein Vorbild da zu sein. Ich meine, nicht mal als Rapper oder so, also wo du wirklich eine Masse erreichst, die extrem krass, das nehmen wir jetzt Bushido, der hat in einem Interview auch gesagt, dass er, äh, sich nicht selber als Vorbild sieht und das auch nicht ist. Ich bin fast tot. Oh Junge, was sollen die das immer mit den Scheiß-Fucking-Feuerzeugen, Alter? Weißt du, wie das nähert? Das sind alles Raucher, die Bastarde. Ja, das ist der, der mich am Anfang verfolgt hat. Ich werde geballert, 100 Euro. Was? Du bist... Er verfolgt mich. Komm zum Spawn. Ja. Ey, der ist hinter mir. Bruder, komm zum Spawn. Ich gehe davor, ich gehe davor, ich gehe nicht rein, ich kann da nicht rein. Hier. Willst du nicht? Hä? Eben war er hinter mir. Das sind drei Typen. Da ist ein Team. Und hinter uns schießt noch einer. Daher nicht sterbe. Oh mein Gott. Fick seine ganze Sippschaft. Komm. Ja. Ah, scheiße, ich werde geschlagen. Wo? Oh Gott, Alter, ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit, Alter, hier sind zu viele. Ich habe ihn. Komm, weiter auf den. Da ist noch ein anderer. Oh Gott. Lauf. Ich muss mal regenerieren, also ich habe drei Leben. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, Junge. Wie lange überlebt der bitte? Schaffe, das wird er mich anzündet, man. Vor allem, wenn du nicht mehr richtig laufen kannst. Ja. Boah, Alter. Der nervt mich richtig. Die Targeten filmt der mit. Oh. Oh, hör auf. Er soll sagen, hör auf. Jetzt, 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 jetzt. Ja, der ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Aber der spammt so viel mit dem Feuer, Alter. Alter, was ist mit dem los? Jetzt. Du stirbst noch davor. Du, Elender. Oh, ich muss dir wieder was Feuer. Du hast mich zurückgebustet, du Bastard, Alter. Oh, er hat mich wieder angezündet. Alter, weil ich mich aufblick. Der Typ will jetzt erst mal Inseln getargetet. Wo ist der, wo ist der hinten? Aber wir sind mir noch viel zu viel in einer Lobby. Äh, in einem Ding. Hier bin ich, hier bin ich. Am Arsch mache ich mit dem 101. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Komm, geh rauf, geh rauf. Ich bin hinter dir. Wie viele sind denn hier noch drin? Wir beide, ach, nur noch zwei. Ach, nur noch zwei. Wir beide und die. Ja, da eine, äh, chillt da oben. Der campt sein. Ja, da kann man du dich ummähen. Oh, tu mir leid. Mach ich mit ihm 101. Jetzt will wieder anzünden, der Bastard. Zünde doch nicht. Hast du noch einen Feuerzeug, Sui? Nein. Weil ich tüte dann den anderen. Ich komm mit. 101, zwei gegen einen, okay? Oh, alter, Mann. Ich hab den. Komm. Booste mich. Kannst du mich boosten? Ey, da, komm, hinter dir. Junge, ich hasse das, wie schnell bekommt man mit dem Hunger. Fuck. Oh. Was ist das für ein Mensch? Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh da hoch. Ja, ich geh hoch. Er hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er läuft da runter und ich fick ihn, oder? Ja. So, warte. Guck mal, das war doch gut ausgespielt. Ach, da ist noch einer, ne? Ja, ja, das ist dieser. Guck dir den an. Was denn? Verdammt. Junge, ich hasse das. Geh weiter hinterher, geh weiter hinterher, geh weiter hinterher. Ich lauf seinen Weg ab. Guck mal, er sieht mich nicht. Ey, warum läufst du nicht weiter? Ja, weil er Feuer gelegt hat und nicht runterspringen musste. Sonst wäre ich angekündigt. Ey, er mit seiner Angel, Alter. Mit seiner Angel. Er nervt und nervt und nervt. Was ist ein richtiger Bastard, Alter? Jetzt stirbst du, mein Freund. Jetzt kommt Feuer, kommt Feuer. Mach dein Feuer. Oh, Alter. Ich hab's gesagt, er macht sein Feuer. Na, du elender. Oh, Gott, wie ich so richtig bin. Oh, weil ich mich wieder aufregt. Junge, der fackt so mega ab, ne? Beile. Nee. Das ist jetzt nervig. Mach mal das Feuer weg, Alter. Komm, geh auf ihn. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Wenn er mich einmal anzündet... Warte, 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 warte. Alter. Los. Halbes Herz. Ja. Da hast du es. Da hast du es, Alter. Mein Freund. Sein Feuerzeug ist einfach halb abgenutzt. Junge, der hat mehr als eins. Nein. Also ja, gegen uns. Ey, wir müssen, glaube ich, schnell was machen. Aber warte. Junge, ich hab nur noch drei Herzen. Ja, dann Rack. Hier, essen. Er macht einfach Rack. Oh, 120 Sekunden. Machen wir fair. Ja, einfach nur mit, also ohne Feuerzeug und sowas. Bei 90 Sekunden, ja. Aber ich hab, ich hab ne, äh, steinschwindende Chanted, ne? Ja, ich hab deswegen die Axt. Okay, okay. Ähm, ja, ich hab ja nur die Hälfte meiner Leben, wie gesagt, ne? Ja, nee, warte. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, Alter. Ja, genau, bis, da warten wir kurz, bis, äh, 60 Sekunden ist und dann hab ich schon längst generiert. Passt, Digga, war auf jeden Fall ne geile Runde. Ja, und, äh, Leute, auf jeden Fall, äh, Sui-Army und Ego-Army sind auf jeden Fall verbündet da, hab ich recht. Das, das ist schon wahr. Wir haben ein Bündnis geschlossen. Manche nehmen das auch ernst, schreiben da unter Suis-Kommentare, hab ich auch gesehen, da hast du voll von Dallian geklaut und sowas. Das ist doch alles so Spaß, Jungs, ey. Und? Sui, der macht das einfach nur, erstens, weil der das cool findet, die Idee, und zweitens, weil ich besser bin jetzt, ja. Nein, Digga, wir verbünden unsere Armys und, ähm, ja, dann sind wir die, äh, Ego, die Sui und die Ego-Army. Und, äh, jo. Dann stören wir die Gom-Unity, Digga. Okay, wir, äh, ich bin voll gerackt, machen wir go, okay? Okay, go. Guck jetzt, wie er hackt. Hacker. Ja! Ease! Was ist die Pingscheide, Bruder? Ease! Und auf jeden Fall, Ego-Army und Sui-Army würden sich über ein Like freuen und schreib das auf jeden Fall immer noch in die Kommentare. Sui und Ego-Army sind die Besten in der Welt von der Minecraft. Und dann hast du die letzten Worte, mein Freund. Äh, ja, wie gesagt, haut da rein und so. Wie gesagt, das mit der Army und so. Hat Sui ja schon erklärt, ähm, dass wir ja mittlerweile im Krieg sind und so. Nee, nicht Krieg, Digga, Verbündel. Das ist alles Frieden, wir, wir stimmen die, äh, na, die Gom-Unity und so. Und da darf ich sagen, haut da rein und ciao.